Tennis. Der weiße Sport, einstmals für die reichen, schönen und elitären dieser Welt geschaffen, ist inzwischen längst nicht mehr das, was er mal war. Ähnlich wie es beim Lachs geschah, ist aus dem einstigen Premium-Produkt inzwischen B-Ware geworden, die auch bei Aldi erhältlich ist. Tennis, der Niedergang, hat längst begonnen. Der weiße Sport, die Weste wurde besudelt durch 16 Top 50 Spieler, die in den letzten Jahren Wettmanipulationen durchgeführt haben. Immerhin besser als 50 Top 16 Spieler, die das getan hätten, wenn sie es getan hätten. Ja, die einzige Möglichkeit, gegen diesen Dreck anzukämpfen, ist, sauber dagegen anzuspielen. Lust auf eine Partie? Aber hallo, los geht's! Ah! Oh! Ah! 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 Untertitelung des ZDF, 2020